Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Die Pandemie hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Es wurde schon früh deutlich, dass wir dringender gebraucht werden denn je. Wir haben diese Herausforderungen gemeistert. Wir haben die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten gesichert, Leben gerettet, trotz vieler Widrigkeiten. Wir haben unseren Beitrag geleistet. Und deshalb ist 2020 auch ein Jahr, auf das wir stolz sein können. Und natürlich war nicht alles Corona, selbst wenn uns das oft so vorkommt. Lassen Sie uns nicht die Erfolge vergessen, die wir abseits der Pandemie erreicht haben. Der weitere Ausbau der Heimdialyse etwa. Wir haben neue Krankenhäuser in Deutschland und in Kolumbien erworben. Die Zulassung für ein weiteres Biosimilar beantragt. Und das sind nur ein paar wenige Beispiele. Aber keine Frage. Dieses Corona-Jahr hinterlässt Spuren. Bei uns allen. Persönlich und beruflich. Mal ein sehr hartes Stück Arbeit. Und die ist, so fürchte ich, noch lange nicht vorbei. Und trotz des großen Einsatzes beschert uns die Pandemie auch wirtschaftliche Einschnitte. Auch wenn das viele vielleicht zunächst überrascht. Ein Konzern wie unserer? Sollte der in einer weltweiten Gesundheitskrise nicht sogar besonders gut verdienen? Nein. Wenn Wirtschaftskreisläufe unterbrochen werden, dann schadet das auch uns. Vor allem aber ist Fresenius weit mehr als nur Intensivmedizin. Die Dialyse ist lebensnotwendig. Und nicht zuletzt deshalb hat sich FMC weiter ordentlich entwickelt. Aber sogenannte elektive, also nicht akute Operationen, die sind fast überall auf der Welt deutlich zurückgegangen. Wurden verschoben. Entweder infolge behördlicher Auflagen oder aus Furcht vor einer Infektion im Krankenhaus. Das wirkt sich direkt auf das Krankenhausgeschäft bei Fresenius Helios aus. Und es bedeutet auch weniger Bedarf an vielen Kabi-Produkten und an warme Dienstleistungen. Und das Projektgeschäft dort, das leidet erheblich unter den anhaltenden Reisebeschränkungen. Zudem wurden viele Projekte gerade in Schwellenländern unterbrochen, verschoben oder sogar storniert. Wenn ich 2020 also wirtschaftlich zusammenfasse, wir schlagen uns gut. Wenn auch, so ehrlich müssen wir sein, mit einigen staatlichen Ausgleichszahlungen. Wir sind vielversprechend gestartet. Dann kam Corona mit sehr negativen Auswirkungen im zweiten Quartal. Das war die Talsohle. Im dritten Quartal gab es wieder erste Anzeichen einer Erholung. Und nun müssen wir gemeinsam schauen, dass wir im vierten Quartal noch zu einem, den Umständen entsprechend, guten Abschluss kommen. Denn auch das hat sich in der Krise gezeigt. Fresenius ist ein großes und wachsendes Unternehmen. Auch in Krisen. Ein Unternehmen, das sich auf mehrere starke Säulen stützt. Es gibt uns Stabilität, gerade in einer Ausnahmesituation wie dieser. Und deshalb sieht unsere Zukunft auch weiterhin gut aus. Wir werden weiter wachsen. Und wir werden weiter alles dafür tun, unserem Anspruch gerecht zu werden. Immer bessere Medizin für immer mehr Menschen. Immer bessere Medizin für immer mehr Menschen. Wem verdanken wir das? Ihnen. Was Sie leisten für die Patienten, für dieses Unternehmen? Das ist großartig. Das gilt in diesem Jahr ganz besonders. Und dafür mein herzlicher Dank. Ich weiß, dass vielen von Ihnen, gerade in der Pflege, weitere harte Wochen bevorstehen. Die Pandemie ist noch lange nicht vorüber. Aber immerhin gibt es nun Signale, die etwas Mut machen. Lassen Sie uns also mit Zuversicht in diese letzten Wochen des alten und die ersten des neuen Jahres gehen. Und tun Sie mir dabei einen Gefallen, bitte. Achten Sie ein wenig auf Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und unterstützen Sie, wenn Sie meinen, es ist nötig und wenn es geht. Wo, wann und wie auch immer es möglich ist, wünsche ich Ihnen trotz allem eine besinnliche Zeit. Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und herzlichen Dank noch einmal. Alles Gute.